Was ist denn mit dir? Alles gut, wirklich. Nimm doch erstmal den Foto-Apparat. Der sieht aber nicht so aus. Und das Atmen, vielleicht ist das Atmen schwer. Du atmest doch irgendwas für heute. Ich mach mal eine Sitzigung dran, ja? Alles gut, wirklich. Darf ich dich mal bitten, das T-Shirt vielleicht auszupfen? Nein, warte ganz kurz. Ich kann das wirklich nicht. Und willst du mich denn jetzt nicht dabei haben? Es ist egal, es ist wirklich, ich bin schon 16. Geh einfach ganz kurz raus. Ich bin, wir rufen Sie, wenn was ist. Dir ist auf jeden Fall auch irgendwas passiert. Und das ist nicht wenig. Hier ist alles blau. Ja, natürlich. Was ist passiert? Ich muss das wissen. Ja, okay. Das mit dem Gully, das war eine Lüge. Eine komplette Lüge. Total bescheuert, defekter Gully. In Wirklichkeit war es so. Wir waren wie immer Züge gucken. Und da kam eine alte Diesellok. Die ist total selten, wirklich. Die kommt total selten. Und wir wollten ein gutes Fotoschießen und haben einen Hügel dafür gefunden. Und dann bin ich volle Kanonen auf den Rücken gefahren.